Mit einer der besten Übungen gegen deinen Rundrücken sind Facepuls am Kabelzug mit dem Tau. Stell diesen Kabelzug ungefähr auf Kopfhöhe ein, achte dann darauf, dass du vor allem aus dem Ellenbogen nach hinten arbeitest. Die Handgelenke nicht zu weit unten, ungefähr alles auf eine Höhe und hinten halt die Schulterblätter zusammen und die Ellenbogen. Die Übung wird dir dagegen extrem helfen, baue sie also mit in deinem Plan ein und drück auf Abonnieren für weitere Fitness-Tipps.